Warum ist der Pinke Parcours der Parcours mit den wenigsten Rettungen? Abgesehen von weiß vielleicht. Zuerst sei gesagt, dass Pink der schwierigste Parcours hier bei uns im Wald ist. Der Grund dafür ist diese Leiter, denn die sortiert, wer den Pinke Parcours schafft oder nicht schafft. Denn sie geht auf 8 Meter Höhe hoch und ist freischwebend. Das heißt, sie wackelt eine Menge. Und da geht eben die ganze Leistung verloren. Aber keine Sorge, falls ihr auf der Leiter stecken bleibt, können wir euch selbstverständlich auch von dort aus abseilen.